So ihr Lieben, es ist... was passiert. Ey, es ist was ziemlich Geiles passiert. Ich hab mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass der Jurassic-Content weiterhin auf dem Kanal fortgeführt wird. Ja, es wird weiterhin Videos über Jurassic Park und Jurassic World geben. Mehr als ihr euch wahrscheinlich wünschen können würdet. Allerdings hab ich gedacht, okay, jetzt kannst du Godzilla mal wieder in den Vordergrund rücken. Godzilla ist ja lange Zeit so ein bisschen hier bei dem Kanal vernachlässigt worden. Und jetzt kam halt die ersten neuen, oder der erste neue richtige Trailer zu Godzilla & Kong. Wir haben Godzilla Minus One bekommen. Da ist ganz, 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 ganz viel Content im Hintergrund noch in der Planung. Und eigentlich war ich schon voll im Fokus-Modus. Jetzt geht's ums Thema Godzilla. Ja, jetzt ist es anscheinend, gestern, gestern Nacht, zur Aufnahme dieses Videos hier, ist ein Trailer gedroppt worden. Und ich hab das mitbekommen, so oberflächlich. Ich hab mir das, ähm, ich hab das Thumbnail davon gesehen und dachte mir, gut, ist halt wieder irgend so ein Game. Aber ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt hier was richtig Großes sein könnte. Einfach aus dem Grund, da ich mir gedacht hab, ja, sowas wäre doch vorher schon angekündigt worden. Bereits vor einem ersten Trailer. Sowas hätte man doch irgendwie schon mal gelesen, dass da was in Produktion ist. Und dann ist mir aufgefallen, ja, wir hatten da auf meinem Hauptkanal schon mal drüber gesprochen. Äh, kurze Werbung an der Stelle, Hauptkanal ist da oben verlinkt. Wenn du neu auf dem Kanal hier sein solltest, ähm, da oben ist der Hauptkanal, wo wir thematisch immer über Godzilla, Jurassic Park und Jurassic World sprechen. Und zwar war das Thema damals gewesen, dass Fans bereits ein Jurassic Park Spiel in Entwicklung hatten. Das hieß, glaub ich, Jurassic, ähm, ich muss es hier mal einblenden, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde dann irgendwann ein Video released, die Produktion von diesem Fangame muss eingestellt werden, da die Macher des Spiels wohl von Universal selber so einen kleinen Denkzettel verpasst bekommen haben, nach dem Motto, ey, das hier ist unser Ding, das ist unsere Marke und wir planen da schon etwas eigenes. Da hatten wir drüber gesprochen gehabt, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass Universal uns schon bald mit einem großen Projekt, ähm, betrauen wird oder uns ein neues Projekt vorstellen wird. Ich dachte allerdings, das würde schon zum, zum 30. Jubiläum von Jurassic Park kommen. Und damals haben wir einfach nur diese komische Collection bekommen, die, die Retro-Collection. Und da hab ich mir gedacht, okay, das wird's wahrscheinlich jetzt irgendwie gewesen sein. Nee, jetzt haben wir einen Trailer bekommen und ihr habt mir heute Nacht, sehr viele von euch haben mir heute Nacht wirklich geschrieben, ey, aufwachen, hier, guck dir mal diesen Trailer an. Der ist jetzt neu von Jurassic Park. Wohl ein Triple-A-Titel. Ich schaue es mir jetzt gerade zum allerersten Mal an. Also jetzt gleich hier mit euch zusammen. Und bin echt gespannt, was die uns da abliefern. So, lange Worte, wie immer, so gut wie gar keinen Sinn dahinter. Wir steigen jetzt ein in den Trailer zu. Wie heißt denn das Spiel überhaupt? Jurassic Park Survival. Ah, Jurassic Park Survival hört sich schon wieder so ein bisschen an wie, wie so ein Spiel des... Ich will, ich schaue es mir einfach jetzt mal an. Ohne schon wieder von vorab jetzt zu sagen, ich bin da skeptisch. Jurassic Park Survival, Announcement-Trailer. Dann switche ich gerade mal hier rüber, dass ihr auch das seht, was ich sehe. Wir starten die ganze Nummer. In 4K, natürlich in 4K. In 3, 2, 1 und los geht's. Boah, was ist denn das für eine Engine? Es spielt auf der Isla Soana... Äh, auf der Isla Noobla, Entschuldigung. Nach den Ereignissen von Jurassic Park 1... Es sieht unfassbar krass aus. Okay, und sie ist was? Eine Mitarbeiterin? Eine Mitarbeiterin, die auf der Isla Noobla zurückgelassen wurde, oder was? Okay, die Küchenszene, ja. Ja, okay. Es ist sehr viel Fanservice gerade mit dabei, aber... Ich finde es sehr interessant, dass das Spiel anscheinend zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 zu spielen scheint. Also es scheint tatsächlich sogar direkt nach Jurassic Park 1 zu spielen. Das finde ich gerade sehr interessant. Es sieht schon geil aus, aber sehen wir auch nochmal Gameplay? Weil das ist jetzt gerade wirklich nur... Cinematic. Es ist okay, das sieht schon ziemlich geil aus. Die Lofo. Ah, ist schon Fanservice drin ohne Ende gerade, ey. Ich will wenigstens einen kurzen Clip Gameplay sehen, bitte. Das ist... Ey, ich bin gerade voll hyped auf dieses Game. Jetzt taucht der T-Rex auf, okay. Mit der epischen Musik im Hintergrund, ey. Wow. Rexy ist mal wieder gefährlich. Lange nicht mehr gesehen. Oh, und die Musik, ey. Und Gameplay! Und Gameplay! Okay. Jurassic Park Survival. Okay. Okay. Ich habe gerade ganz viele Gedanken zu diesem Spiel in meinem Kopf. Es wird auf meinem Hauptkanal, wie gesagt, der war eben gerade da oben verlinkt, wird es ein Video dazu geben. Wir quatschen dann da mal ausführlich über Hintergrundgedanken, die ich mir jetzt gerade mache. Bevor ich dir aber aussprechen will, will ich erst mal diese Website hier besuchen gleich. Jurassic Park Survival.com. Vielleicht finde ich da noch ein paar mehr Infos. Meine ersten Gedanken jetzt im Trailer sind auf jeden Fall, das Spiel ist doch Kanon. Das ist ein Game, das jetzt in den Kanon mit einbauen. Dieses Spiel spielt zum Zeitpunkt, in dem ursprünglich hätte oder hat Jurassic Park The Game gespielt. Jurassic Park The Game ist ja nicht Kanon. Leider. Das nimmt jetzt aber wohl diesen Handlungsstrang mit auf. Und ey, ich schwöre es euch, es ist total krass gerade. Wir hatten in unzähligen Streams darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wenn ihr das Jurassic Universe jetzt aufbauen wollt, geht von mir aus nach Jurassic World weiter, führt die Geschichte weiter. Ihr könnt auch gerne ein bisschen abstruser werden mit weiteren Hybriden, die vielleicht auch fliegen können. Das ist mir vollkommen wurscht. Aber wenn ihr ein Universum aufbaut, geht doch auch nochmal zurück zum alten Jurassic Park. Gerade für Fans wie mich. Ihr könnt doch damit nur gewinnen, wenn ihr Jurassic World fortsetzt, aber auch zurück zum Jurassic Park geht. In Form von einem Spiel habe ich jetzt nicht gedacht. Aber warum nicht? Wir gehen jetzt also wirklich zurück zum Jurassic Park. Das heißt, Universal ist sehr wohl bekannt, dass es eine riesengroße Fangemeinde da draußen gibt, die eben auch sagt, ja, Jurassic Park wollen wir wiedersehen. Heißt ja nicht, dass wir Jurassic World nicht fortgesetzt haben wollen. Das wird eh fortgesetzt werden in spätestens zwei Jahren, schätze ich mal. Aber wir gehen jetzt wieder zurück zum Jurassic Park. Ich freue mich tierisch darauf. Und dieses Spiel wird Kanon sein, bin ich mir ganz sicher. Zum Gameplay meiner ersten Gedanken. Es sieht aus wie eine Form von Jurassic World Aftermath. Auch da habe ich schon gesagt, das Spiel haben wir glaube ich jetzt schon zweimal durchgespielt, auf meinem Kanal hier. Auch da habe ich aber damals gesagt, Jurassic World Aftermath ist ein super geiles Jurassic Spiel an sich. Das macht wirklich Bock. Das könnt ihr euch auch gern für die Switch holen oder für die Konsole. Ist eigentlich ein VR-Titel, aber perfekt umgesetzt worden für die Konsolen. Das nur in echt wäre noch geiler. Das sieht mir jetzt ein bisschen danach aus. Allerdings glaube ich, dass wir in diesem Spiel Jurassic Park Survival nicht einfach nur immer Hide and Seek spielen müssen. Also es geht nicht immer nur um sich verstecken. Das sah zumindest gerade nicht so aus. Es gab auch sehr viele Passagen, wo die Person weggerannt ist oder auch mal in Gefahr gekommen ist. Ich glaube tatsächlich, meine Prognose, das hier wird entweder ein sehr geradliniges Story Game werden. So wie Uncharted quasi. Die Geschichte ist vorgegeben. Es gibt Cut-Scenes, alles drum und dran. Vielleicht wird das Ganze auch so ein bisschen open-schlauchiger, dass wir keine richtige Open-World bekommen. Aber ein bisschen Open-World könnte gern drin sein. In First Person. Ich spiele lieber in Third Person, aber das ist so eine Kleinigkeit. Und die Engine. Ich wusste am Anfang gerade nicht, ob das einfach mit einem Filter verändertes Bild aus dem Film ist, als John Hammond angefangen hat zu sprechen. Ich wusste gerade nicht, ob das wirklich echt ist oder ob das aus dem Film kommt. Und die Engine ist halt krass. Wir haben jetzt nur sehr viel gesehen vom Cinematic Trailer. Und auch beim Gameplay, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ihr kennt ja noch das Debakel damals von Alien. Was war denn das für ein Alien-Spiel gewesen? Wo sie uns auch damals Gameplay gezeigt haben. Und dann kam das Spiel raus und sah einfach gar nicht so aus. Also es sah einfach total kacke aus in echt. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht unbedingt der Fall sein. Aber ich bin da immer vorsichtig. Weil das Gameplay hier, das sah schon fast wieder zu krass aus. Finde ich. Aber es ist halt auch eine neue Generation an Konsolen jetzt. Das Spiel hier kommt anscheinend nicht mehr raus für die alte Konsolengeneration. Das heißt, die können jetzt hier komplett auf die Next-Gen PC sowieso, immer Next-Gen, aber auf die Next-Gen-Konsolen aufbauen. Jetzt muss man hier keine Rücksicht mehr nehmen auf alte Konsolen. Ja. Ey, ich finde es unfassbar geil. Ich freue mich kraterisch darüber. Ich komme jetzt auf meinem Kanal mit dem Content-Produzieren gar nicht mehr hinterher. Jurassic Park Game. Vor allem kommt es einfach so aus dem Nichts bei Jurassic Park. Genauso wie Jurassic World Chaos Theory. Das kam auch einfach aus dem Nichts. Ich meine, ja, wir wussten, da ist irgendwie eine Serie im Hintergrund. Aber auf einmal war der Trailer der Teaser davon draußen. Und jetzt haben wir hier noch Jurassic Park Survival bekommen. Krass. Ey, ich habe Bock drauf. Ich leider schmälere dieser Trailer jetzt hier ein bisschen meine Vorfreude auf Deathground. Aber, ja, wann soll es denn rauskommen? Wissen wir noch nicht. 2000, Weihnachten 2025 wäre optimal für dieses Spiel. Ich sage es euch. Wäre schon ziemlich geil. Ja. Gut. Dann schreibt mir jetzt mal wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr von dem Trailer-Teaser? Ähm, ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich mache jetzt gleich das nächste Video für den Hauptkanal. Start klar zu diesem Teaser-Trailer hier. Und würde einfach sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.